Hallo hier im Wartesaal in Köln und natürlich auch ein ganz besonderes Hallo an die jungen Menschen da draußen, die gerade an einem Kunstwerk oder einem Autobahnzubringer festleben. Ich weiß nicht wie es Ihnen geht, aber ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite habe ich natürlich totales Verständnis für junge Menschen, denen der Arsch nicht mal mehr auf Grundeis gehen kann, weil denen das Eis unterm Arsch wegschmilzt. Aber auf der anderen Seite bin ich mir aber auch nicht sicher, ob es der Sache dient, wenn man Erbsensuppe auf ein Van Gogh Gemälde kippt. Natürlich ist wegkippen das Beste, was man mit Erbsensuppe machen kann. Da muss man ehrlich sein. Aber wenn sich die öffentliche Aufregung nur noch um Erbsensuppe und Kartoffelbrei dreht, dann besteht die Gefahr, dass einige denken, es gehe um die Rettung der WDR-Kantine und nicht um die Rettung der Welt. Und dann gibt es ja welche, die sagen, man solle die Klimaschützer einfach im Museum kleben lassen. Und das finde ich schwierig, weil das zu Verwechslungen führen kann. Heißt, in ein paar Jahren ist das hier die Ägypten-Ausstellung. Ne, das ist ein mumifizierter Klimaschützer. Viele Eltern sollen ja schon überlegen, wenn sie mal keinen Babysitter finden, ihr Kind einfach über Nacht im Museum festzukleben. Und die Proteste sind natürlich auch eine Steilvorlage für Hinterbänkler wie Alexander Dobrindt, der sich selbst jahrelang grundlos am Amt festgeklebt hatte. Das muss man nicht so sagen. Habt ihr mitbekommen? Habt ihr mitbekommen? Er befürchtet die Entstehung einer Klima-RAF. Da sage ich, geht's noch dicker, Dobi? Hm? Warum nicht gleich eine Klima-SS oder die grüne Hitler-Jugend? Und dann sagt er noch, die Klimaproteste können Leib und Leben andere gefährden. Da sage ich jein. Leib und Leben gefährden vor allem Autos. Das ist das Verrückte. Den Klimaschützern Mörder, Mörder zuzurufen, während man am Steuer eines SUVs sitzt. Das ist wirklich passiert. Das ist wie sich einpinkeln und dann anderen zurufen, ihr Pisser. Ja, das ist ja nicht zu glauben. Ja. Das Verrückte ist, Leib und Leben ist ständig gefährdet. 2018, wahre Geschichte, hat sich ein Mann aus Hamburg zur eigenen sexuellen Befriedigung mit seinem Körper mit Scheibenkäse belegt. Ist in einen Taucheranzug gestiegen, hat sich eine Tüte über den Kopf gezogen und sich vor einen eingeschalteten Heizkörper gesetzt. Und daran ist er gestorben. Gut, das trägt jetzt nicht zum Erkenntnisgewinn bei. Aber wenn ich Dobrindt reden höre, dann möchte ich mich auch mit Scheibenkäse belegen. Ja. Andererseits tue ich mir mit Blockaden von Autostraßen schwer. Ja, wenn beispielsweise jemand zwei Stunden im Stau steht, weil sich welche auf der Straße festgeklebt haben und man den Autofahrer dann fragt, was er vom Klimaschutz hält. Ich bin mir nicht sicher, ob der sagt, die zwei Stunden Stau haben mich überzeugt, ab jetzt fahre ich Fahrrad. Aber, das muss man auch sagen, es ist der Sinn von Protest, dass er stört. Wer fordert, dass die sich da ankleben sollen, wo es keinen stört, der hat was Grundsätzliches nicht verstanden. Die Wirkung ist der entscheidende Teil von Protest. Wenn ich mich betrinken will, dann trinke ich ja auch keinen Kölsch. Applaus Applaus Applaus